Servus, Salve und Hallo! Es ist Mittwoch, wir haben den 10. Februar und wir haben 18 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Das war heute mal ein spektakulärer Tag. Das ist vor euch ist der DAX auf Tagssicht eine Kerze, ein Tag. Ich mache das mal ein bisschen größer, wir müssen uns nicht mit allem hier beschäftigen. Und zwar ist es ja der Mittwoch, die Mittwochausgabe, die ist immer ein bisschen aggressiver. Also eins vorab, manche Werte drehen hier hohl, aber teilweise auch mit rechts, zum Beispiel diese ganzen Kifferaktien. Die werden salonfähig, das muss man einfach so sagen. Die werden salonfähig und den Deal, den Tilray da gemacht hat, den halte ich für richtig gut. Also schon erstaunlich. Heute war der Tag, beziehungsweise gestern fing es an, da hat sich das erste Mal seit 30 Jahren Heidelberger Druck gehandelt. Meine Güte! Heute ist aber auch der Tag, wo Tesla deutlich fällt. Tja, es kommen überall jetzt so die Berichte, so über Nacht auf der Autobahn festgesessen. Ja, was mache ich denn, wenn ich ein Elektroauto habe? Wie lange hält denn dann die Heizung? Ich kann das selbst nicht beurteilen, ich habe keins. Ich werde so in vier, fünf Jahren eins kaufen, wenn die Dinger mal tausend Kilometer fahren. Aber vorher mache ich das nicht. Aber das ist einer der Gründe, glaube ich, warum Tesla fällt. Ich finde, da bin ich jetzt beim Bitcoin, ich finde es in Ordnung, wenn der Elon Musk Bitcoin kauft. Es sei ihm gegönnt, soll er machen, viel Spaß damit. Ich würde mir eher einen Einlauf geben lassen mit Ahornsirup und mich mit Freuden auf einen Ameisenhaufen setzen, als Tesla zu kaufen, auf diesem Niveau. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ich frage mich halt, warum er das dann unbedingt hinterher breittreten muss. Warren Buffett macht das nicht. Warren Buffett kauft irgendwelche Aktien und nach drei, vier, fünf Tagen muss er eine Ad-Hoc-Meldung machen. In Amerika, hier auch, weil er irgendeinen Prozentsatz überschritten hat. Das ist in Ordnung. Aber dass der Elon Musk das dann immer gleich so breittreten muss, für mich ist das Marktmanipulation aus Basta. So, jetzt haben wir heute gehört, dass der Lockdown bis in den März weitergeht. Lassen wir ihn von mir aus bis Ende März sein, weil vielleicht noch irgendeine englische Mutation kommt oder wie auch immer. Aber für mich sind jetzt so Werte wie Delivery Hero, die sind am Ende. Die haben ihren Horizont gesehen, ihr oberstes Ziel. HelloFresh. Wenn die Leute wieder arbeiten gehen irgendwann, dann brauchen sie kein HelloFresh mehr. Ist auch für mich limitiert nach oben. Netflix. Ich habe es auch. Gut, ich habe das jetzt schon seit über eineinhalb Jahren, aber ich will das dann auch nicht mehr haben. Weil die haben auch neulich die Preise erhöht und da bin ich nicht der Einzige. Also von daher, man muss jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen umdenken. Und das könnt ihr ja mal selbst für euch machen. Was glaubt ihr, sind Stay-at-home-Aktien, die noch sinnvoll sind und welche nicht? Ich denke, dass zum Beispiel diese norwegischen Lachsfirmen jetzt wieder ein Go kriegen. Ich denke, dass sowas wie TUI, da muss ich dazu sagen, ich habe welche, dass die jetzt auch auf Sicht von einem halben Jahr tendenziell ihren Boden hier gesehen haben. Und eher weiter steigen oder weiter steigen oder wieder steigen werden. So muss ich es formulieren. Aber wurscht. Wir sind jetzt hier beim DAX und der hat also eins gemacht. Wir haben, das ist Montag hier, wir haben ein neues All-Time-High gemacht. Ziemlich hoch oder ziemlich genau an das obere Band. Wie gesagt, das ist der Tagesschart. Das gilt für mich erstmal als Doppeltop. Jetzt haben wir heute mit einem Schub am Nachmittag 10 und 20 Tagelinie gesehen und sind davon weg. Wir gehen gleich mal auf die Fibos im Stundenbereich. Das sieht nicht so schön aus. Wir haben, ich mache mal hier unten, wir bekommen ein Verkaufssignal über die Stochastik. Wir werden negativ über das MACD, sowohl in der modernen als auch in der traditionellen Sichtweise. Die 20-Tage-Linie bei 13.848 wurde heute gesehen, das heißt die Mitte der Bänder. Die Bänder sind nicht besonders breit, das ist völlig normal, da kann man gar nichts von sagen. Aber wir sind von dem unteren Band richtig fett hoch auf das obere Band und davon abgeprallt. Die Bänder sind wichtig, das ist eine echt wichtige Herangehensweise, das sollte man nicht vergessen. Aber jetzt gehen wir mal hier auf die 4 Stunden. 4 Stunden hat sich ziemlich genau am High, das war hier, hat sich ziemlich genau am High dann so langsam mal verabschiedet und ist dann runtergegangen. Gilt als tief, aber in keinster Weise überverkauft. MACD auch negativ. Die Bänder gehen auf, nicht besonders dramatisch, aber sie gehen auf. Wir sind momentan, also jetzt hier um 18.04 Uhr, sind wir deutlich unter dem unteren Band. Das ist nicht schön, das darf ich nicht mögen. Ich habe hier eine Unterstützung, die kommt von diesen beiden Kerzen hier und verbindet sich fast mit dem 200er gleitenden Durchschnitt. Da sind wir so im Bereich 13.722. Das ist eigentlich mein allererstes Ziel. Bis dahin sollte die jetzt eingeläutete Bewegung gehen. Jetzt gehen wir auf die Stunde. Und da möchte ich mal folgendes mit euch machen. Ich gehe, Moment, ich setze mal die Bollinger Bänder an. Hier haben wir die zwei Hörner, so nenne ich die. Wir gehen hier runter. Und mit Mühe und Not sind wir nach dieser ganzen Bewegung hier hoch an das 38er gegangen. Mit Mühe und Not. Die Bänder gehen auch auf. Auf Stundensicht halte ich die Bänder schon für gut. Auf 5-Minuten-Sicht, ich kenne viele, die das machen, finde ich das gar nicht so prickelnd, muss ich sagen. Die Bänder gehen auf. Erst wenn das obere, das der Bewegung in Gegensätze bandt, die Richtung ändert, dann ist für mich die Bewegung hier fertig. Ich glaube, bleibe dabei, dass wir diesen Bereich um 13.800, 13.777, dass wir das erstmal sehen müssen und dann weiterschauen. Das ist meine Meinung. Und so will ich euch auch die Scheine verraten. Ich habe einen Schein gefunden hier. Das ist ein 13.656er. Da sind wir also, jetzt muss ich ein bisschen hochdrehen, da sind wir ungefähr, ups, jetzt ist er weg. Da sind wir ungefähr hier. Ich werde keine Calls kaufen momentan. Also jetzt mal für die nächsten 3-4 Tage. Ich werde das nicht machen. Ich rechne damit, dass wir diese Lunte hier nochmal sehen. Mit der beschäftigen wir uns nochmal. Bei 13.822. Das glaube ich schon. Deswegen, ich warte jetzt hier mit dem Kauf von Calls. Ich bin eher Put-orientiert. Wir haben, ich habe diesen Schein genommen, oder diesen Schein hier genommen, 13.654, also hier. Das ist für den Fall, dass wir so einen Overshoot kriegen. Dass wir so diesen kleinen Overshoot nach unten kriegen. Dann überlege ich das, weil wir kommen von hier, von einem relativ guten Unterstützungsniveau. Das ist die Kennnummer GH0VJM. Wie gesagt, ein 13.656er. Ich halte mich damit zurück. Das ist ein 50er Hebel. Das ist ein heißes Teil. Aber gucken wir mal auf Short. Bei Short bin ich viel mutiger jetzt. Ich nehme einfach das High. 14.167. Und da gucke ich auch mal, was wir hier haben. Das hier. Das passt ganz hervorragend rein. 14.211 ist auch ein 50er Hebel. Das ist keine kleine Option. Das ist die Gustav Dora 4 Richard Unsinn Paula. GD4RUP. Da sind wir also ein bisschen hier dahinter. Ja, mit 14.211. Weil ich glaube, dass wir mindestens das hier sehen. Und je nachdem, wie schnell es geht, weil wir beim Tagessignal da Verkaufssignale bekommen, dass wir einen deutlicheren Move nach unten kriegen. Ich habe momentan keine Lust auf Long. Ich will es nicht haben, außer in den genannten Werten. Wie zum Beispiel, und ich muss es nochmal sagen, ich habe eine Position da drin. Tui zum Beispiel, ich glaube, auf Sicht vom Sommer werden jetzt die Leute anfangen zu buchen. Und dann wird das Tui zum Beispiel helfen. Trip Advisor, Aqua Hotel, Royal Caribbean Sea. Diese Geschichten, das ist dann jetzt eher was, was kommen kann. Ich wünsche euch ein Happy Trading, fette Beute. Am Freitag werde ich keinen Film machen können. Ich hoffe, dass ich den am Samstag hinkriege. Ich wünsche euch was. Alles Gute. Bye, bye.